Hi! Servus! Zu Huawei Service TV. Oh, Moment. Service TV gibt es eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich schade, oder? Warum wir heute zusammenkommen? Reiner wird fit. Wer ist Reiner? Ich bin Reiner. Und warum soll Reiner fit werden? Weil sich was ändern muss. Schaut euch das an. So geht es nicht mehr weiter. Das ist einfach zu viel. Too much. Das muss weg. Der Speck muss weg. Bei Twitter hat es einmal diese Plauzen-Challenge gegeben. Ja, wir machen jetzt eine andere Serie. Wir machen Reiner wird fit. Und wie das läuft, oder was mich dabei unterstützt? Dieses Huawei Band 2 Pro. Ja. Was kann das Huawei Band 2 Pro? Das werden wir jetzt in dieser Serie mal herausfinden, mal testen. Beziehungsweise ich werde das Ding nochmal auspacken. Zuerst mal, was hat das? Das hat GPS eingebaut. Es hat eine Akkulaufdauer von maximal 21 Tagen. Man kann damit schwimmen. Das werde ich auch ausprobieren. Schlaftracking. Also so eine Schlafmodus-Funktion. Das überwacht dann deinen Schlaf. Dein Puls kann es messen. Die Herzfrequenz. Auf was ich wahnsinnig gespannt bin ist Relaxation. Also schauen wir mal. Ist doch mit so einem Yoga-Ding. Multisports. Also ich hoffe ich kann es auch für mein Rennrad fahren. Fürs Laufen, fürs Joggen hernehmen. Eventuell auch mal in dem Boxsack ein bisschen malträtieren. Werden wir alles machen. Werden wir alles filmen. Und Notifications. Notifications werde ich nicht nutzen. Weil mich nervt es schon, wenn ich am Handy irgendwelche Nachrichten bekomme. Ja, bevor wir das Teil jetzt auspacken, habe ich noch drei Sachen. Erstens. Schöne Grüße an Janusz und Ali aus der Facebook-Gruppe. Zweitens. Ich weiß, ihr steht total auf diese Tasten. Wir werden jetzt demnächst zwei Jubiläe und eigentlich drei Jubiläen feiern. Aber zuerst mal die ersten zwei. Wir werden auf Facebook 6.000 Fans haben. Werden in der Gruppe 17.000 Gruppenmitglieder haben. Aufgrund dessen habe ich mir gedacht, ich haue wieder so eine Tasse raus und ihr könnt die gewinnen. Also, pass auf. Demnächst folgt ein Gewinnspiel und ihr könnt wieder diese geile Huawei-Tasse gewinnen. Dann das dritte. Huawei-Sommer-Gewinnspiel. Ich habe es in der Gruppe schon angekündigt. Wir haben super geile Fotos bekommen von euch, die wir jetzt ausgewertet haben. Und nächste Woche werde ich dann den Gewinnern bekannt geben. Beziehungsweise die Gewinner, weil es gibt sieben, nein, acht Huawei Fan-Pakete, wo unter anderem auch diese Tassen mit dabei sind. Also, stay tuned. Nächste Woche wird die Auslosung bekannt gegeben, wer diese geilen Teile gewonnen hat. Okay, das war es erstmal. Zum Allgemeinen. Jetzt schauen wir uns das Huawei Band 2 Pro mal im Detail an. So, dann packen wir das gute Ding. Ohoho, mal aus. Jetzt wäre fast mein P9 umgefallen. Ich hoffe, das hält noch ein Stück. Okay. Wo machen wir es auf? Wir machen es nicht unten auf, wir machen es oben auf. Weil hier steht Open Here. Was natürlich sehr geil ist, diese nicht mit Klebstoff versetzte Lasche. Habt ihr das Geräusch gehört? Wie geil ist das denn? Dann zieht man das hier raus. Das Huawei Band 2 Pro, legen wir erstmal beiseite. Und schauen, was da noch im Karton drinnen ist. Machen wir es unten auf. Okay, hier die Dockingstation, Ladestation. Das Ladekabel. Das kann man auch gleich raus bauen. Zack. Der Quickstart Guide. In mehreren Sprachen. Jetzt schauen wir uns das nachher nochmal genau an. Und die Warrantie-Karte. Die Garantie-Karte. Die brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Ähm. Ja. Hier geht es auf. Alles intuitiv, doppelt gesichert. Mit. Nochmal einer Infokarte. Dass man auch sieht, das kommt von Huawei. Ähm. Was sieht man hier? Hier sieht man die zwei Ladepunkte, die dann mit dem Ladeadapter verbunden werden. Wie das genau geht, müssen wir dann schauen. Hier kommt auf jeden Fall das USB-Ladekabel rein. Ähm. So bringt man es wieder runter. Wie schaltet es sich ein? Achso, wir waren hinten noch gar nicht fertig. Ähm. Hier der Pulsmesser. Sieht man auch hier die, ähm, Dioden. Und hier sieht man auch, war nicht ob jeder sitzt, das ist GPS. Also es ist GPS-fähig. Ich muss jetzt mal schnell in die Bedienungsanleitung schauen, wie man das einschaltet. Powering on or restarting after charging. Wir schauen das Ganze natürlich auf Deutsch erstmal an, Seite 23. Automatisches Einschalten oder Neustarten nach dem Aufladen. Stecken Sie den Positionierungstorn der Ladeschale in entsprechende Vertiefung des Armbandes und schließen Sie anschließend die Schnalle. Der Ladezustand des Akkus wird auf dem Bildschirm angezeigt. Stecken Sie den Positionierungstorn der Ladeschale in entsprechende Vertiefung des Armbandes und schließen Sie anschließend die Schnalle. Der Ladezustand des Akkus wird auf dem Bildschirm angezeigt. Okay, also man muss es zum Starten einmal kurz mit Strom versorgen. Dazu schließen wir das doch einfach mal kurz am USB-Port an. Und schon, ups, Startanimation. Download Huawei Wear to pair device. Also ich muss jetzt erst mal mein Smartphone hier nehmen und dieses dann mit Huawei Wear mit dem Band 2 Pro verbinden. Kann ich natürlich jetzt nicht machen, weil alle beiden Handys, sowohl das Mate 9 als auch das P9, in Benutzung sind. Sprich, wir machen ja da die Videos so mit. Also machen wir das dann in der zweiten Folge von Rainer wird Fit. Jetzt zeige ich euch nur noch kurz, wie das Ganze, wie das Armband dann bei mir auf der Hand ausschaut. Nämlich extrem geil. Es liegt jetzt nicht an meiner Hand, es liegt eher am Huawei Band 2 Pro. Ziehen wir das noch schnell fest. Doppelt, gemapelt, hält besser. Zack. Trägt nicht auf. Schaut einfach nur geil aus. Okay, in der nächsten Folge zeige ich euch dann von Rainer wird Fit. Hoffentlich schon erste Erfolge, erste Tests. Auf jeden Fall zeige ich euch, wie man das Huawei Band 2 Pro mit dem, ich weiß noch nicht, entweder mit dem P9 oder mit dem Mate 9 verbindet und wie man die App, die man dazu benötigt, die Huawei Wear App installiert. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Viel Spaß noch. Und wir sehen uns. Servus. Servus.